Da, da, siehst du? Was denn? Welche Richtung? Na hier, hier, da, da, genau da drüben, da. Ach, da. Ich hab mich geirrt. Ich hab's gehört. Lass ich mich auf eine Scaff abschießen? Ach, das kann doch jetzt nicht ein verfickter Ernst sein. So, dann lass uns mal... Vor zum... Du brauchst ja... Ne, warte mal. Das Leber brauchst du nicht, oder? Ne, ne, das hab ich jetzt schon. Du brauchst ja först das Iskra. Und noch ein paar Schlüssel für ein paar nachfolgende Quests, aber... Mal sehen. Ja, die Schlüssel... Die kannst du auch bartern und ein paar Sachen. Ja, wir haben ja auch die Schlüssel alle, die können wir auch alle dann die Turn aufschließen. Ja, oder so. Eine unserer leichtesten Übungen. Also Benji hat noch mehr Schlüssel als ich, glaub ich. Ja. Ja. Diese Watch hab ich schon gemacht. Aha. Ich hab in nem Scaff Run, glaub ich, den Schlüssel und die Gasanalyzer gefunden für irgendeine Quest. Cool. Ich hatte echt Glück bis jetzt. Tarkov will dich zurücklocken mit Loot. Im Dorf sind schon Schüsse. Wie bitte? Im Dorf wird schon geschossen. Ja. 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 Hier hab ich auch schon seit Jahren und Tag keinen Scaff mehr gesehen. Wir könnten, bevor wir ins Dorf laufen, nochmal zum Scaff Hügel gucken. Also hier zum Sniper Hügel, zum kleinen. Ja komm. Hier ist ein Stash. Kannst mal reingucken, wenn du möchtest. Da an der Ecke. Ja. So. Hier müssten sich Scaffs rumtreiben. Okay. Hab ich mich noch nie so viel aufgehalten. Da ist einer. Knallen ab. Lass dich nicht umlegen. Stehen? Noch nicht. Da. Ist der auch ein Hügel oder was? Ne. Da steht er vor. Die Sound-Einstellungen sind so krass. Der ist so laut. Als ob der direkt vor mir stehen würde. Ja ist er. Macht er glaub ich auch da. Pass auf, rechts war auch noch einer. Ich seh den nicht. Es kann sein, dass er weggelaufen ist. Aber wohin ist er? Der ist dann hier rumgelaufen. Der ist dann hier rumgelaufen, oder? Ja okay. Lass mal ein Stück hoch. Ah, hier steht. Da ist er. Da ist er. Siehst du es mit dem Feuer? Ja, das hab ich gesehen. Okay. Leg ihn um. Leg ihn. Ich hocke hier im Gebüsch und nicht mich schießen. Boah. Boah. Ich muss mal kurz meinen Munizor heller machen. Weil ich seh den vor der Wand grad überhaupt nicht mehr. Aha. Ich hab auch bloß einen Minderungsvorgang gesehen. Ich hab den. Den Kerl selbst nicht. Ist er noch dort? Ne. Weggelaufen. Jetzt rennt er. Okay, ich seh dich. Ich bin dann hinterher. Okay. Wie hält denn der aus? Leg ihn um. Das ist sechsmal getroffen, glaub ich. Der siebente Schuss sitzt. Der siebente Schuss sitzt. Okay, ich hab's gehört, wie er das Feuer fallen lassen hat. Hier war auch noch einer. Ja. Wir müssen aufpassen, nicht dass einer in den Bergen oben sitzt und auf uns runterschießt. Ich guck mal. Kümmer, tu dich um deinen Skeff. Ja, ich guck mal. Ich guck mal, wo er ist. Hallo. Hallo. Hi, Bendy. Da ist er ja. Endlich. Zur rechten Zeit. Wir wollen da noch Feierabend machen. Was? Nein. Hier war doch noch ein Skeff. Wo ist denn da hin? Oh, da steht er, da steht er. Da hinten, wo ich hingucke. Da am Felsen. Unten am Felsen. Da, da, siehste. Was denn? Welche Richtung? Na hier, hier, da, da, genau da drüben. Ach ja. Da. Da. Da, da, da. Oh Gott, ja jetzt hin. Brauchst du noch einen Moment? Ja, wir haben gerade angefangen. Alles klar, dann mach ich mal einen schnellen Skeff. Lege ihn um. Ja, ich weiß gar nicht, was schieß ich. 7, 6, 2. Das ist eigentlich gute Munition. So. Okay. Dann lass uns hier abhauen. Ja, auf jeden Fall. Weil das Geballer hat, lockt Aasgeier an. So, wir laufen jetzt wieder zurück. Ja, der hat nichts. Okay, wir laufen hier unten am Felsen lang. Wir gehen jetzt rüber Richtung Dorf. Da müssten auch noch ein paar Skeffs sein, wenn wir Glück haben. Ich hab da vorhin zwar schon ein paar Schüsse gehört, aber... So viel Geballer war er noch nicht. Oh, Schüsse? Ja, Schall gedämpft. Ich bin down. Was? Ja. Du kommst ja. Nicola Bastos. Ist ja uncool. Die Scheiß-Situation. 5, 4, 5, 130 B. Was? Okay, ne gute Munition. Ne, ich hab... Keine Ahnung, keine Bisse kaufen. Achso, du. Ich dachte, du wurdest damit gekillt. Achso. Ja, stimmt. Aber na, seid mal ruhig. Ich hab dich scammerlichst gerecht. Ersten? Ja. Ich hoffe... Ich hoffe doch, das ist der Ohr. Ja. Ja, und da hat ein Schalli dran. Der Stern hat... ...Rechts von uns, oder was? Jetzt wird er dann gerannt sein. Sorry. Was denn? Hab gehustet. Was habt ihr nicht gehört wahrscheinlich. Ne, nur so ein kurzes Knacken. Mist. Na ja. Geld hab ich auch nicht mit. Scheiße. Dann versuche ich mich mal zum Outskirts durchzuschlagen. BS-Munition. Ah, da schießt noch gute Munition. Ja, ich sag's auch, wenn wir so lange ballern und so lange am Ort sind, das lockt immer meistens Leute an. So, mein Sechster, wir sehen uns. Hören uns am Montag. Du Maschine. Danke dir, Falk. Wir sehen uns. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke, dass du da warst. Ja. Welche Map machen wir dann als nächstes? Woods, würd ich sagen. Okay. Paul braucht noch Scavs auf Woods. 12 Stück brauchst du jetzt noch. Dies krass, genau. Ach, dieser Idiot. Hast du schon eine Quest mit der blauen Uniform gemacht, Denji? Ja, ja. Echt? Also die normale, nicht die, wo du auf vier Karten. Ja genau, die normale. Hab schon mal. 10 PMCs mit blauer Uniform. Ne, 10 Scavs. Was? 10 Scavs. Achso, ne. Dann meine ich noch die andere. Oh, du. Ich glaube, du musst doch... Wie heisst das? Um... 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 Wieso lese ich denn da? Habe ich denn da PMCs gelesen? Ah, da bin ich doof. Ich schiebe das nämlich eine ganze Weile vor mir hin, weil ich keinen Bock habe eigentlich. Nee, nee. Oh, nee. Das ist eigentlich echt easy. Danach kommt die ganze schön. Oh, hätte ich das gewusst. Ich habe heute zwölf Skefs auf Shoreline erschossen mit einer Schein getämpften. Das hätte ich schön kombinieren können. Mhm. Oh, ich blöd Fisch. Ich glaube, jetzt wird sich ja niemand mehr am Musiccam rumtreiben. Ich habe mich geirrt. Ich habe es gehört. Pss, ging es. Hallo. Ey, was ist denn das? Was sind das für Assis? Was machen die denn jetzt noch? Wo kam das her, Junge? Das Arschloch. Da wird es ein blaues Wunder erleben. Dann fange ich hier vorn ab, den Hund. Dann fange ich hier. Das ist aber schön gemacht Danke Benji Danke 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020